Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. Ja, Flo ist schon ein bisschen weiter, aber ja, ich sterbe. Guck, ich sterbe. Ja, ich sterbe auch. Ja, dann lass mal was dagegen tun, dass wir leben. Nicht sterben. Ja. Hast du toll abgespeichert. Und ich bin nicht weiter als du. Verarsch deine Zuschauer nicht. Doch, natürlich. Der hat schon weiß ich was alles gefunden. Stimmt überhaupt gar nicht. Ähm. Wo haben wir so eine Dreckspfütze? Ich... Hier bei mir. Oh, okay. Guck, das... Aber da trinke ich nicht aus. Die Zeit nehme ich mir. Die gibt es bestimmt irgendwo am... Also ich muss... Bei mir geht das nicht anders. Okay. Ja. Ja. Okay. Hunger Ah, hier Oh, hier kannst du hinkommen Komm mal hier hin, komm mal zu mir Bist du schon voll getrunken? Nein Dann komm mal her, zu mir Ich kann nicht mehr richtig Ja, Mensch Ich renne schon Die Alte kann nicht so schnell Okay Ich glaub, mir geht's grad gar nicht gut mehr Sie kann doch nicht mal mehr rennen Das geht doch nicht Meine Ausdauer ist weg Wo bist du denn ganz wieder? Bei klarem Wasser Danke Habe ich um dein Wohlergehen gesorgt? Ja, ich wollte ja vorhin auch, aber Hast du dann ja doch nicht Stimmt Naja, du wolltest ja dann was anderes machen So von wegen Go for it Und Ich durchsuche die halbe Map schon Die haben rote Augen Das heißt, die sind aggro Ich gehe hier mal weg Naja, manchmal verfolgen die aber auch nur andere Kleintiere Also von daher ist das noch völlig fein Nee, die verfolgt mich Ich muss essen Lass mich in Ruhe essen So, ich gehe jetzt mal hier hin Aber siehst du was? Da, wo wir die Flagge aufgestellt haben Ja Dann hat man jetzt einen Richtungspunkt Man weiß mal wenigstens, wo man hin muss Das stimmt Das ist ganz gut Gerne Gerne Kein Problem Ich wollte uns ein Haus bauen Du wolltest nicht Das machen wir jetzt alles noch Ja Ähm, ich würde jetzt tatsächlich diese diese Workbank hier irgendwie aufbauen Einfach erstmal Wenn du das schon kannst Kannst du doch auch hören, nicht? Also ich habe hier diverse Sachen, die ich mittlerweile machen kann Alter Sie stirbt in der Zeit Also ich kann ja auch schon Türen machen Dächer Ich bin gerade mit einer Hummel zusammengeheben Oh Mann, ey Die war in meiner Flugbahn Also wir können hier gleich nochmal richtig anfangen Also ich würde ganz gerne wirklich einen coolen Platz finden wollen Wo wir das machen können Ähm Sobald wir den haben Können wir meinetwegen gerne richtig loslegen Bist du neben mir? Ja Ich beschütze dich gerade vor dieser Ameise Die wollte Die du mit angeschleppt hast? Nein Nein Gib's ruhig zu Nein Ich war das nett Hä? Was machst du denn? Frauen Wunder mich schon Kannst du das sehen? Ja natürlich Du hast das mitten in meinem Gesicht gespawnt Da so hin? Oder Ja, ist okay Erstmal? Ja Können ja immer nochmal Also wie gesagt Ich würde trotzdem Mein Ziel ist es wirklich So eine Art Also eine große Hütte aufzubauen Mit Mit Zaun drumrum Und dann nochmal wirklich Schön die Sachen zu platzieren Das ist erstmal nur improvisorisch Dass wir Weiter craften können Und uns Rüstung bauen können So was Da Deswegen baue ich das hier gerade erstmal so Blöd hin Ganz salopp gesagt Genau Wenn das gemacht hat Dann könnte ich jetzt hier noch eine irgendwo hinstellen Möchte ich aber gar nicht Und zwar hätte jetzt jeder von uns Der jetzt hier Stoffe hat Die Möglichkeit hinzugehen Und E gedrückt zu halten Ähm Ich kann erstmal so weit vorbauen Du siehst Da fehlen jetzt noch Sagst du vielleicht noch Äh Dieses Set Zeug Kannst du das ja vollständigen Indem du E drückst Ja guck mal So kann man dann zusammen Sachen bauen Jetzt können wir das hier nutzen Indem wir einfach uns hier Irgendwelche Sachen bauen Äh Wie das hier zum Beispiel Ähm Ja Soll wohl Soll wohl so sein Äh Escape Status Inventory Da fehlt mir alles Okay Hä Wo ist denn das jetzt hin Ach da Guckt euch das mal an Leute Wie der schon wieder aussieht Echt Moment ich mach dir extra Licht Ja guck Guck mich an Guck dich an Guck den Unterschied Ich hab nur so ein paar Grasdinger an den Beinen Du hast schon Die ganzen Helm Und Ja Okay also Mir fehlt Mir fehlt immer noch Brustpanzer Und alles Du zitterst Ja Die müssen wir töten Komm wir töten sie Töten 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 Warum Töten 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 Wir brauchen die Sachen Wir brauchen die Sachen Guck mal die rennt schon weg Ah ja berechtigt Die will nicht Bist du schon wieder Ich muss was neues bauen Und ich kann nicht Weil ich die Sachen nicht hab Ja Ist grad zum leichtes Problem Okay Ich muss hier echt wirklich Ich blick hier noch nicht so richtig durch Ist ein bisschen sehr douster jetzt ne Kannst du eine Pfanne machen Kann ich ja nicht Weil mir Äh Sepp fehlt Dieses Ja Ja das hab ich Ich Hab das glaube ich noch nicht mal zur Auswahl Ne Fackel Kann ich das zumindest schon mal wieder machen Nein Ich hab das noch nicht mal zur Auswahl Schön ist Im Dunkeln leuchten wenigstens die Augen Das heißt Ich kann mich trotzdem töten Ja ja Komm her Die können mich auch Help me out Ich bin übrigens tot Warum Naja ich musste grad So ein bisschen rumfighten Nice Und ich hab den Kampf leider verloren Was ist denn bei mir alles Oh guck da wär was zu trinken gewesen Oh hinter mir 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 Ich hab trotzdem schon mal durch Wer anschließen kann das Oh Ich bin dann auch mal down Warte Ja Ja Jetzt bringt's Nix Es macht nichts Weil wir werden ja an unserem Punkt hier vorne ausgesetzt Ja Spawn Der erste Tod Oh mein Gott Kann man alles auf einmal nehmen Ja tag all Ich hab schon wieder Ich hab schon wieder Ich hab schon wieder Das bedeutet Mein Speer ist schon wieder weg Oh hoff ich mal Okay Okay den muss man also immer wieder neu machen Wenn man stirbt Okay Alles klar Ey Psst Schade Geht das wenn ich hier raufkriege? Warte mal So Was machst du da? Nix Gar nix Ich höre das Ich höre das Dass du irgendwas da treibst Ich hab gar nix Ja hinter dir Ja ja Ich hab dich beschützt Ja ja Seh ich ne Mein Kleiner Ich möchte dass es wieder hell wird Ich glaub Ich glaub ich sollte mal ein bisschen analysieren Ich hab gar nix zum analysieren Also brauche ich nicht analysieren Was denn jetzt schon wieder? Warum haben wir jetzt hier schon wieder Kampfmusik? Warum? Ich hab doch gar nix gemacht Ich habe nix gemacht Ich habe echt nix gemacht Das ist Also Ja Das ist der nächste Toll Was machst du denn immer die ganze Zeit hier? Ich habe nix gemacht Kannst du gerne gucken Oh wie sie da hängt Ach Du kannst doch schon ganz schön gut alleine Danke Jetzt kommen die nächsten ey Ich drehe durch Ja guck Ich sag doch ich mach nix Sie sind ja auch immer noch aggressiv von eben Kommt die hier rein? Ha Die kommt hier nicht rein Kommst du hier rein? Ne du kommst hier nicht rein ne? Du hast schon wieder Hunger Du hast schon wieder Hunger Dann kann ich mich auch selber heilen Ja das ist jetzt nicht so hoch Aber geht Hm? Ach nix Alles gut Mach mal Guck Guck mich mal an Guck mich mal an Ne ich Ich weiß schon Dass du voll gepanzert bist Ne aber Guck mal oben Die Lebensanzeige Hm Hm Tch Fühlt sich gerade wie Tch Ich merke schon Was merkst du? Hm Hä? Hä? Ich verkneife mir das jetzt Mach das Ich wollte eigentlich gerade sagen So von wegen Ja ich glaube Es ist jetzt hier ein Singleplayer geworden Ich reise jetzt hier alleine Durch die Welt Geschichte Was ist denn jetzt so? Weg Ich sammle jetzt Sachen Ich hab ja noch gar nix Ich habe halt echt noch nix Hört euch das an Ja Was denn? Guckt euch das an Leute Guckt euch das an Ich habe Oh okay Ich hab mich verlaufen Genau Leute Guckt euch das an Mann Da war ein Spinnennetz Das hab ich nicht gesehen Weil ich ja noch nicht mal Ne Fackel craften kann Das wird mir noch nicht mal Angezeigt Ich würde gerne ne Einfach mal probieren Aber dann kriege ich wieder Ärger Kann ich auch Probier doch aus Mach das doch einfach Hallo Kleiner Mann Pst Oh Oh cool Wenn der jetzt los Oh geil Ich möchte Kann ich dich reiten jetzt? Gittert Komm Los Wach auf Oh eigentlich möchte ich dem nix tun Der schläft grad Ah Was zu trinken Ne das ist Sepp Toll Naja Auch gut Ich mach das jetzt einfach mal Ich mach das einfach mal Ja mach das doch Wo der Hä Du musst doch ausprobieren Klar Mach das doch einfach Ein Biss Ein Biss Du warst tot Ja Komm ich hol mir das neu Ja schön dass ich gleich hier wieder in der Kacke Ja toll Da ist schon richtig traurige Musikkrab bei mir im Hintergrund Und wieso weiß das Spiel dass du gleich wieder stirbst oder? Ja Hm Die Hops kann gar nix So lässt der mich jetzt wieder an meine Sachen? Oh der liegt mit seinem Hintern da drauf Na Gott sei Dank komm ich da ran Ach jetzt muss ich ja wieder Ein Speer machen Wie sieht's denn aus? Steht die Base schon? Ich suche ja immer noch Eine Möglichkeit Hier das Kabel zu reparieren Achso Da bist du jetzt bei Ich hab gedacht wir machen jetzt eine Base Aber gut Okay Kabel Ich find die Nacht geht ganz schön lang Kannst du hier mit hinkommen? Ich hab so ein kleines Problem Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Ich eile Wo bist du denn? Ich hab schon Herzklopfen Ich kann nicht mehr Hä? Muss ich jetzt verstehen wo du bist? Wo bist du denn? Ja komm doch zu mir Ja äh Ich folge deinen Namen und Jetzt ist er weg Ja Bin ich hingelaufen Okay Das scheint Jetzt bist du mir schon wieder im Weg Warum soll ich jetzt hierher kommen? Um dich anzufeuern? Go Ja aber jedes Mal wenn ich zuschlage Bist du mir im Weg Und ich verletze dich Ich bin fertig Komm Was denn? Der Mann sagt die ganze Zeit Ich mach ihn fertig Ich mach gar nichts Sammeln 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 Aha Sammeln Da oben sammeln Was? Was soll ich denn da oben sammeln? Das da Achso Du könntest mal sehen Wie Wo er schon In welche Gefilde er schon vorgedrungen ist Kannst du die Sachen hier sammeln? Die die da vorliegen Die musste ich nämlich leider alle droppen Weil es ein Inventar voll ist Ja Oh 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 Nein mein Nimm das Quarz mit Los nimm es mit Nimm es mit Ich hab mein Inventar voll Nimm das hier auch noch mit Ja Und das Und das Ah hier ist das ganze Quarz Das kann man gut gebrauchen Nimm es mit Los nimm es mit Stehst du gerade ein bisschen unter Stress hier? Ja Du brauchst einen größeren Rucksack Das ist das Was ist denn Was ist das? Was ist denn S-C-A-B Was ist das? Brauchen wir das? Brauchen wir das vielleicht für den Schemmd Eigentlich brauch ich da auch noch was von Kann ich nicht irgendwas droppen? Ich weiß auch nicht mal wofür man das braucht Um Sachen zu bauen Okay ich kann jetzt echt nicht alleine gehen Weil Ich sehe gar nichts Hm Ich sehe halt gar nichts Na Das hier könntest du auch noch mitnehmen Der lässt mich einfach in der Höhle sitzen Leute Schaut euch das an Hä Was Was machst du denn da? Ich bin auch auch in der Höhle rausgekommen Nein Oh Mann Ich will hier raus Ja dann gehen wir da hinten mal hin Ich habe da ein grünes Ausrufezeichen Wegen dir Weil du dieses Ding da aufgesammelt hast Aha Okay Wegen mir Also habe ich auch mal was sinnvolles gemacht Siehste? Du machst die ganze Zeit sinnvolle Dinge Ja Sterben Ja aber hier So muss was hin Nee das muss da unten hin Aber das kannst du ja hier Guck mal hier Wenn du hier reingehst Ach Ja okay Das gehört sich wirklich nicht Okay und wo sollte ich das jetzt hintun? Weiß ich nicht Hier irgendwo hin Kannst du hier nicht irgendwo E drücken oder sowas? Oder F Oder so? Nee Aber Das ist genau der schwarze Da wo Äh Was ist das? Oh Minet Minet steht Ja da Hä das bringt mir halt überhaupt nichts Dass ich das habe Hä? Okay ich muss die V drücken Ach gut Als wenn man sowas im Garten stehen hat Ja haha natürlich Jeder Wenn wir jetzt wieder groß Ist das Spiel schon vorbei? Das wäre ja langweilig Good job Giant Explosion Machine Hoops What the heck did you do? Serious Machine Part 2 Äh No clue Wanna go find out? Oak Tree Okay Das ist an diesem Wasser Wo ich äh Vorhin schonmal Hingelaufen bin Ich würde sagen Wir gehen einmal zum Lager zurück Machen da einen Cut Weil wir haben ja jetzt was geschafft Äh Dann kann ich ein bisschen Essen zu mir geben Äh nehmen Übrigens habe ich oben einen Schalter aktiviert Das war nicht eine V-Taste Das ist nicht dein Ernst? Echt? Doch Wo oben hat eine Taste geblinkt Und ich habe einfach mal E gedrückt Und dann Ja Ja okay Das ist doch sehr schön Kann man hier Konnte man hier auch speichern? Aber man kann auch schlafen Guck mal Ach du musst hier auch hinkommen Guck mal hier hin Achso Ja warte Ich wollte mal kurz Eine Sache wenigstens Analysieren Ja wenigstens Kannst aber nur drei Sachen am Tag Okay Genau Einmal hier Und dann Baby Sleep Ich muss das dann auch machen Das ist immer so ein gemeinsames Ding Und dann ist es nämlich gleich wieder hell Tada Aber dafür sind wir jetzt hungrig Und du hast dich Das ist halt normal Gut Äh du speicherst Und ich würde sagen Ach ne Du hast ja auch anmoderiert Dann kannst du auch wieder abmoderieren Achso Ja Mensch Ja Kann ich das? Wirklich? Äh Wir werden gerade angegriffen Hm? Hm? Ich kann gerade nicht abmoderieren Wenn da die Ameise da so neben ist Äh Warum? Naja Weil die ist böse Was machst du da? Moment Ich hab mich wirklich nur verdrückt Ich hab mich wirklich verdrückt Ich hab mich wirklich verdrückt Ich schwöre Ich schwöre Guck mal Oh der hat selbst schon einen Bogen Ich brech ab vom Glauben Okay Leute Alles klar Das war's hier für diese Folge Flo legt sich jetzt mit der Haarmeise an Und nicht mit mir Ähm Ich bin jetzt hier ein bisschen mit Ruhe Und äh Ja Wenn es euch gefallen hat Lasst auch gerne ein Däumchen da Aktiviert auch gerne die Glocke Um auch nichts mehr zu verpassen Und wenn ihr mögt Sehen wir uns in der nächsten Folge Also bis dann Leute Tschüss